Was ist die Beziehung zwischen Verstopfung und Darmkrebs? Sowohl Männer als auch Frauen haben das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, einer Krankheit, die das Wachstum von bösartigen Tumoren im Dickdarm oder im Dickdarm verursacht. Die Beziehung zwischen Verstopfung und Darmkrebs ist, dass Verstopfung ein Symptom von Darmkrebs ist. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass mehrere Symptome dieses Krebses häufig sind und auf weniger schwere Zustände hindeuten. Verstopfung und Darmkrebs beispielsweise treten nicht immer zusammen auf. Wenn bei einem Patienten Verstopfung zusammen mit anderen Symptomen von Darmkrebs auftritt, sollten weitere Tests durchgeführt werden. Verstopfung ist durch seltenen Stuhlgang gekennzeichnet. Es ist nicht notwendig, jeden Tag Stuhlgang zu haben, aber eine Häufigkeit von weniger als drei pro Woche wird als Verstopfung angesehen. Patienten können Schwierigkeiten beim Bewegen des Darms haben, weil ihr Ballaststoffe oder Flüssigkeiten fehlen, der Stuhlgang zurückgehalten wird oder der Alter gestört ist. Verstopfung und Darmkrebs können zusammenhängen, wenn der Gastroenterstinaltrakt des Patienten durch Polypen verhängt oder blockiert wird. Dies sind abnormale Wucherungen, die bösartig sein können. Andere Symptome als Verstopfung müssen typischerweise vorhanden sein, um Krebs anzuzeigen. Diese Symptome sind Gewichtsverlust, Müdigkeit und Blutungen aus dem Rektum, entweder mit oder ohne sichtbares Blut im Stuhl. Patienten mit Dickdarmkrebs haben möglicherweise auch das Gefühl, nach einem Stuhlgang noch auf die Toilette gehen zu müssen. In anderen Fällen kann es aufgrund des Alters, der Genetik oder bestehender Erkrankungen des Patienten wahrscheinlicher sein, dass Verstopfung ein Zeichen für Darmkrebs ist. Die meisten Fälle von Darmkrebs treten bei Menschen über 50 auf. Menschen mit familiärer Vorgeschichte von Dickdarmkrebs sowie solche mit afroamerikanischen oder aschkenasischen Juden sind ebenfalls anfälliger für diese Erkrankung. Auch Erkrankungen wie Übergewicht oder Typ 2 Diabetes sind Risikofaktoren. Früherkennung ist wichtig bei der Behandlung von Darmkrebs. Jeder Patient, der eine längere, unerklärliche Verstopfung oder einen seltenen Stuhlgang mit anderen Symptomen der Erkrankung erlebt, sollte so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen. Tests wie Koloskobin, Tests auf okkultes Blut im Stuhl und Doppelkontrast-Barium-Einläufer können Darmkrebs schnell diagnostizieren, sodass die Behandlung beginnen kann. Die Patienten sollten sich auch einer Reihe von Vorsorgeuntersuchungen unterziehen. Die Häufigkeit jedes Tests und das Alter, zu dem der Test beginnen soll, wird im Allgemeinen von der Risikogruppe bestimmt, in die der Patient fällt. Diejenigen, die in die Hochrisikokategorie fallen, müssen möglicherweise bereits im Alter von 10 Jahren mit einigen Tests beginnen, während Patienten mit durchschnittlichem Risiko die Tests in der Regel auf 50 Jahre verschieben können.